Liebe Schützinnen und Schützen, geschätztes OK, Chef Thireuse, Chef Thireur, Chef Comité d'Organisation, Cari Tiratrici, Cari Tiratori, Cari Amici del Comitato Organizativo. Ich freue mich sehr, dass das Eidgenössische Schützenfest 2020 doch noch durchgeführt werden kann. Damit wird auch das enorme Engagement des OK unter vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern entlohnt. Wir alle mussten seit über einem Jahr lernen, mit dem Coronavirus umzugehen. Dass die Schützinnen und Schützen die nötige Portion Flexibilität, Optimismus und Durchhaltevermögen haben, beweisen Sie nun mit diesem Anlass. Die Verschiebung um ein Jahr und die dezentrale Durchführung unterstreichen, dass die Schützinnen und Schützen zusammenstehen, wenn es darauf ankommt. Ich wünsche Ihnen allen einen tollen und fairen Wettkampf, eine gute Kameradschaft und natürlich gut Schuss. Ich wünsche Ihnen allen eine Kompettition loyale, in einem guten Esprit der Kameradie und natürlich einen guten Tieren. Ich wünsche Ihnen eine gute Kompettition, all'insegna del Fair Play, ein guter Kameradie und natürlich ein guter Kameradie und natürlich ein guter Zentrum. Ich wünsche Ihnen allen einen Kompettitionen für die Schützinnen und 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 Schütz